hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute spielen wir die sender da macht man so fahren mit dem fahrrad tricks und heute möchte ich euch ein bike park zeigen wo ja wo halt eine coole rampe ist und da probieren wir halt das aus und ja dann würde ich sagen wir fahren mal zu der rampe hin So, die ist da auch schon gleich vorne, da vorne ist sie, nicht die hier, sondern hier. Und das jetzt erstmal noch im Vorgeschmack, da ist die Rampe. Wir werden jetzt schnell. Und ich probiere es mit den 360, wie viele schaffen wir. Oh, 1080. Okay, wir müssen es nochmal machen. Äh, noch Hände. Okay, am Anfang. Au. Oder vielleicht doch lieber einen Frontflip. So, dann schaffen wir es jetzt. Die 360. 1.440. Die Rampe ist sowas von cool. Jetzt versuchen wir es mit Backflips. So, okay, die Backflips. Oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Vielleicht sollte ich nicht so viele Backflips machen. Also, einmal, so, Backflips und 1, 2, 3. Das reicht doch auch schon. Vielleicht mache ich da, vielleicht muss ich ein bisschen gerade auf Kombi. Und 1, 2, 3. Schaffe ich es? Au. Ne. Ich glaube, ich probiere es mal lieber mit Frontflips. Vielleicht sind die Frontflips, vielleicht sind die Frontflips ja effektiver. So, und go. Ne. So sind sie nicht. Vielleicht muss ich den Absprung besser timen. Und mittig bleiben. Au. Okay. Probier es nochmal. Jetzt. Ich glaub dran. Ich glaub dran. Eins. Zwei. Erstmal die Zwei. Oh. Vielleicht brauche ich ihn. Basteln. 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 Der ist es. Ich sag's. Ich hab ein Basteln und Tailriff. Das schaffe ich. Und. Basteln. Basteln. Tailriff. Landen. Oh. So knapp. Komm. Das schaffe ich jetzt. Ich schaffe es jetzt. Basteln und Tailriff. Gerade bleiben. Das war ein Tabletop. Basteln. Mach schnell noch ein Tabletop. Ich muss gerader bleiben. So. Und. Basteln. Basteln. Mach doch ein Basteln. Oh yes. Ein Tabletop. Tabletop. Okay. Okay. Jetzt schreib mir die Punkte auf. Yes. Okay. Wir machen jetzt noch einen Versuch. Ein Run. Und dann würde ich sagen. Mach mal die Fronten. Ja. Komm schon. Okay. Okay. Also. Ich würde sagen. Das war's dann auch. Lasst gerne ein Like da. Und ein Abo. Falls dir das Video gefallen hat. Falls du mehr davon sehen möchtest. Ähm. Kannst du es mir gerne in die Kommentare schreiben. Und. Ja. Dann machen wir jetzt noch einen letzten Jump. Versuchen richtig zu landen. Okay. Das war's dann. Ciao. Ciao.